Merklin ist mit einer Anlage da, als auch mit einer digitalen, also mit der Settlustation. Alle Digitalprodukte werden dort gezeigt, die ganzen Digitalfunktionen von allen dort ausgestellten Loks, die Rauchfunktion, da müssen wir mal wieder ein bisschen Rauch anführen. Muss man doch sehen. Was Merklin auch auf der Anlage zeigt, sind die Carston Produkte. Die haben aktuell im Angebot den MBO 302 der Polizei und auch der Deutschen Post. Sucht einfach bei Marken unter Carston und dann werdet ihr vom Preis ganz schön überrascht sein. Das sind nämlich Modelle, die könnt ihr mit der Fernsteuerung steuern. Die fahren über die Anlage. Wir haben bereits ein Video zu Merklin gedreht. Das werden wir hier online stellen. Habt ihr eine Frage zu Merklin, kann ich nachher stellen und dann wird die gerne beantwortet. Ich habe noch eine Frage bekommen und zwar gibt es auf der Aktionsfläche hier bei uns was für Kinder? Natürlich. Zum einen Modelleisenbahn ist ja auch für Kinder. Die ganzen Anlagen, die wir hier haben, da haben die Kinder natürlich Spaß. Aber natürlich haben wir in dem Schattenbereich haben wir Malen für Kinder, also wir haben Ausdrucke natürlich als Eisenbahn bezogen. Wir haben schöne, wie heißen denn nochmal die Buttons? Buttons-Maschine haben wir. Eine Buttons-Maschine haben wir. Wir haben ein Trainini am Start, die machen Bierdeckelbasteln. Das bedeutet, auf einem Bierdeckel wird eine Szenerie dargestellt, die machen eigene Bäume für Kinder. Wir haben eine Popcorn-Maschine von National Express da und wir haben ein sehr großes Zelt gemietet, damit jeder Platz hat, um sich mal auszuholen. Denn das Wetter heute ist natürlich sehr warm, aber trotzdem macht es sehr viel Spaß hier zu sein.